Hasta la, bon suwabubuchachos. Wir werden zurück mit Rainbow Six Siege ranked auf Grenze zocken wir heute. Schluck erstmal runter. Und zwar... Schluck erstmal. Mit allen hohen Kobolden, wie man hier schon lautstark hört. Und Dekos voll im Mund. Was geht? Moin moin. Voll im Mund. Kickst du gleich. Geil. Ich würde sagen, Grenze, Termine, easy. Thatcher. Thatcher. Johnny, eine Frage. Hä? Ich habe dir deinen Montagne weggepickt, warum... Weinst du nicht? Weinst du nicht? Warum kreist du nicht? Weil Monsieur Johnny in der letzten Runde sich ziemlich gut angepasst hat und einfach mal Zweiter geworden ist. Mit sieben Kills. Das als Ergänzungsspieler, ja. Bei dir läuft, man. Bei dir läuft, man. Aber richtig. Digga, digga, halbstark. So, Drohnen sind da. Bei mir ist im Flur Deko, also bei der Osttreppe. Nur Deko, ne? Wie? Ich bin beim... Beim Drop, bin ich. Der Drop ist übrigens nicht verstärkt. Könnt ihr jetzt mal bitte wieder aufhören, hier die ganze Zeit rumzulabern? Ey, das ist die Wiedervereinigung. Das muss gefeiert werden. Ja, bitte mit einem Sieg und nicht mit rumlabern. Okay. Ich geh, ich geh. Wer hat die Tür aufgemacht? Ich. Peter. Frost, du bist beim Drop? Armin, wir rocken das. Bist du einer? Hier, warte. Ich hab mir Frost markiert. Sonst hab ich noch keinen gesehen hier. Geht rüber ins... Lassen Sie mich vor. Ich lade nach. Geh mal andersrum. Wir können... Ich geh andersrum. Ich geh links lang. Du bescheucht sie raus. Sie müsste dann irgendwann hier ankommen eigentlich. Hier hinten ist einer. Im Raum. Hier ist er durch. Frost ist hier. Frost ist... Ey, diese Drehung, ne? Das ist... Bro. Das wäre ein Stroke. So random. Soll. Raus auf dem Sprengbereich. Du wirst sie rausjagen und dich wieder anlegen. Ich glaube bis hier. Nee, also... Schild ist nicht mehr benutzbar jetzt. Weil die Fick sind nicht mehr. Jawoll. Sehr schön. Badezimmer Bandit. Bandit tot. Sehr schön. Schön. So nice! Johnny, drei Kills. Ja, aber letzter hat er mir geklaut. Das liegt auf jeden Fall nicht an den Pings. 100er Ping, das kann mir niemand sagen, dass deswegen dieser Montagne Bug da ist. Nee, Bolleck hat den ja auch gerade gemacht. In der letzten Runde. Ach so, okay. Bolleck ist nämlich auch so langsam. Hallo. Ey, hallo. Hä, was? Einfach vor einem einmal drehen und zuschlagen, tot. GG, Alter. Nee, nee, das sieht bei dir noch so aus, als er sich dreht und zuschlägt. Ach so, okay. Du rennst, also du hast einen Dreispeeder, sagen wir mal. Ist am besten natürlich. Rennst auf ihn zu, ziehst mal nach links. Ne, dann läufst du einen Schritt weiter, guckst nach rechts, messerst immer in die Seite. Und bei ihm sieht's halt so aus, als würdest du einfach nur zu dem Rennen dich umdrehen und einfach in die Luft messern. Das ist halt so diese serverseitige Ubisoft-Wichse. Das ist halt gerade geil aus. Alle laufen sind in der Mitte des Raums und auf einmal drehen drei Leute gelüpfen. Synchron laufen. So, wo wollt ihr ein Mira-Fenster haben? Gibt es irgendwie ein Personal Spot, wo ihr geil drauf seid? Also auf jeden Fall, wo gut wäre ganz hinten rechts im Raum. Naja, da mach ich auch ein. Da. Da hinten im Raum wäre es auf jeden Fall wichtig. Stürbarrikaden bitte machen, nicht vergessen. Es bleiben 10 Sekunden. Die Tür ist verstärkt! Was war das hier mit den Länden? Die Kiezner konnten die in B.U. befahren. Der Helga nicht finden. Bände. Neue Kameraübertragung läuft. Durchmachen, auflassen. Zumachen. Ich verstärke die Wand. Luftverdichtung kalibrieren. LOL! Da kam der Typ, Alter. Oh, ich hab... Wo ist da? Monsieur, Ansage. Unten, kleine Treppe. Na, hier. Einer kommt auf den langen Balkon. Hier bei mir. Ja, noch... Schlägt durch. Schlägt durch. Johnny, pass auf hier. Fenster ist kaputt. Jo. Down. Am Fenster. Sehr schön. Ich glaub Twitch war das, oder? Ja. Im langen Flur hier. Burner. Ey, noch ein Hit attack hast. Jedem Flur. Du bist gut. Ash down. Vorsicht, da war noch ein zweiter. Marvin. Wow. Okay, von hinten. Ja. Warte. Alles klar. Hinten im Extraraum. C4, bereit. Hibana ist im Flur. 30% vielleicht 20. Rechte Tür, Johnny. Da genau. Schön. Holet den. Sehr schön. Genau die Tür, Igno. Hibana 20 live. Jawoll. Sehr schön. Hibana 20 HP. War auch da irgendwo ja. Ja. Locker bleiben Jungs. Leise. Jawoll. Sehr schön Johnny. Nice. Aber Johnny, I don't like your Wildcamps. Du hast zwei Camps im Objective Room und eine im Nebenraum. Wenn ich tot bin, kann ich mit den Camps nichts anfangen. Okay. Deswegen, wenn man so mit Fünferteam spielt, finde ich das nicht schlecht, wenn die Wildcamps so ein bisschen gesprittelt sind, dass dann, wenn jemand tot ist, dann ansagen kann, wo die Leute kommen. Oh nein. Wenn zwei Camps im Raum sind, dann sehe ich nicht viel. Also. Ähm. Ja. Aber dafür hast du ja getarriert. Ähm. Wie sieht's aus? Termite? Ja, ich überlege auch, ob ich Termite oder Hibana nehme. Ich werde halt immer zugeflamed, weil ich immer nur Termite nehme. Nimm Hibana. Törner. Mein Gott. Alles klar. Dann nehme ich Thatcher. Schalucht. Aber Hibana braucht man hier eigentlich nur, wenn die im Arbeitsraum, oder wie heißt das Ding? Arbeitsraum? Ich glaube Arbeitsraum. Oh Mann. So. Na 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 na. Oh. 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 Waffenschlagerrenkel. Yes Sir. Oh ok. Nein. Ich fahr vor. Ich fahr vor. Und bleibst du hier? Ich kenn dich nicht. Ja. Oh. Wen haben wir da? Das war ein Recruit. Die haben ein Recruit. Ja. 10 Sekunden. Cool. Cavera ist auf meinem Spot. Oh. Geht die Treppe nach unten. Ist nicht die Treppe nach unten gegangen. Bandit kommt nach die Tür. Mit Tür zur Schlucht raus. Weiter zu Mio Gefahr. Und wir hält auch nie umsonst hier. Oleg. Ja. Du ja. Du ja. Blackbeard. Ich bin kein Blackbeard. Ist. Achso. Läuft. Läuft Richtung Ash. Oleg der kommt zu dir. Hängt am Regal. Ganz hinten. Und piekt zu denen. Wer gerade die Tür aufgeschossen hat. Genau denjenigen. Wer gerade schießt. Piekt dahin. Wo welcher Tür ist? Warum chillen wir hier so lange? Gibt es da irgendwie so einen Spitzschuss? Ich will kurz sehen wo deine... Ok. Hier ist niemand. Ne. Ja. Also da war halt jemand. Achso. Ist der immer noch da hinten beim Regal? Ja. Der ist immer noch beim Bücherregal. Piekt wieder hin. Wie auch immer jetzt in der Tür steht. Hibana. War da nicht abgekriegt? Guck. Ist rechte Seite drüben? Nein. Ey. Das kann nicht wahr sein. Mann. Das klappt aber bei allem aber bei mir nicht. Guckst du weiter in der Drohne? Ja. Da war er gerade. Deko. Äh Deko sah ich schon. Rechts drüber. Igno rechte Seite ist immer noch. Habe ihn gehiltet. Ist nach links drüber. Ist jetzt hinter dem Schreibtisch über den ganzen Fernseher drauf. Oder Computer drauf. An der rechten Ecke auf dem Boden. Irgendwo wenn du jetzt das Fenster aufmachst. Genau vor dem 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 Fenster aufmachst. Ist weg. Ich werde nach rechts weggegangen. Von dir aus. Und von mir aus? Was? Ich weiß nicht wo du bist. Ey lol. Was zum Fick man? Wie kann das sein? Ja wieder hinten da mit dem Regal. Hallo. Jetzt ist er glaube ich nach hinten abgehauen. Ja geht wieder rüber in den Objective Room. Der ist immer noch da. Mit dem Bücherregal. Marvin rechts von dir ist was. Ha. Lol. Vakery ist hier. Vakery sag ich schon. Ja. Kann jemand herkommen? Hätte ich da mal weiter geschaut. Hm. Da war, rechts war auch gar keiner. Das war der Typ rechts in der Wack. Okay der Gegner schneller da. Scheiße das kann ich nicht hin. Nein er interrogatet mich. Er hat mich hier oben. Hm. Ja komm. Wo sind die jetzt? Ja. Schönes Ding. Wo kommt Smoke? Selbe Tür. Ah. Ah. Da hab ich ihn grad gehört. Oh. Schade. Ah fuck. Wart glaub ich der letzte sogar ne? Ne vorletzte. Ah schade. Da robbt er sich noch irgendwie zurück. Hätte ich mal lieber den Kill geholt. Einen für die KD. Hm. Where do we go? Ah. Der große Büroraum ist immer ganz gut zu defenden finde ich. Ich mach den Arbeitsraum lieber als Büros. Für den alle. Damit so viele werden die Muni auch sorgen für mich finde ich oben besser. Hm. Arbeitsraum ist das. Dann nehm ich Büros. Mit Smoke. Ich muss, ich kann einfach auf euer Volk null eingehen. Ich spiel lieber Solo. Also mir keine Calls stehen bitte. Wo war ich denn hier? Ja. Hat noch jemand zwei Wände? Eine Wand hab ich noch. Hier hinten müssen noch. Eine hab ich auch noch. So. Wie war das noch? Die Camps müssen so sein, dass ihr Toten auch was machen könnt. Machen wir das doch. 5 Sekunden noch. Ist nicht gerade die beste. Aber egal. Für Gefahrgutverhälter. Weiterhin ab und sicher. Und eine im Raum Hier hinten Werkzeugschränke Weiß das so? Waffenlagerschränke Kriegswerkzeug Funktioniert auch Weiber tot Sehr schön Marvin siehst du was über dir? Über mir war was Ich setze den Sensor ein Ja direkt über mir ist was Läuft jetzt Richtung Direkt hier Und stirbt Warte Hier Hier Genau hier Genau hier Ist immer noch das Auto in der Ecke Dort Kommt man gar nicht durch Mit C4 bin ich auch nicht hochgekommen Richtig albern Achtung einer das ganz nah im Raum ist glaube ich der Flur Er ist tot Ach scheiße Letzter verbleibender Gegner Sehr schön Wo ist der letzte? I don't know I don't know Ah genau vor mir Der schön nice Alter Schwede Läuft man hier Ich warst ein bisschen erschrocken Alter Sehr nice Aber man kann also nicht alle Böden zerstören mit C4 das war immer gut zu wissen Das ist je nach Map ne Muss sie halt so sehen Außerdem da wo du gespottet hast da war die nur draußen den Boden sowieso nicht Entscheidet euch Hibana Thatcher Termite Ich nehm Hibana Termite Banana Banana Ja ohne Thatcher geht nicht Okay Ich krieg's eigentlich kein Ding Gute Arbeit Der Bio-Gefahrgut-Behälter wurde Oben ne Okay Dekos Position vom letzten Mal Hallo Deko Bitte? Nix nix Da geh ich durch Waffenlagerschränke Wir haben ne Caveira das wird wieder sehr lustig Noch 10 Sekunden Camp meistens hinten bei den Treppen zum mittleren großen Flur 5 Sekunden Meinen sie die Osttreppen an der Lobby? Hier rechts an der Treppe ist was Da ist der Mute glaube ich gerade gewesen Also Da Mhm Ich mache das Ist immer noch da Smoke ist das Hier ist der Wer da auch immer durchgeschossen hat Da ist wirklich der Bandit Da war der Bandit Er ist hier Er ist hier Er läuft daneben vorbei Er ist jetzt Bei der Küche Okay Okay Keine Welpen Wir seh ich schon mal hier Hä? Was? Willst du mich ficken alter? Benutze Drohle Benutze Drohle Benutze Drohle Benutze Drohle Benutze Drohle Der Smoke ist jetzt Der Smoke ist jetzt Nach unten weg und könnte über die große Treppe wieder hoch kommen Leider durch Jäger Marvin Hallo Oh Jäger ist drinnen Ey das kann So ein Wuhansohn alter Dass er nicht springt ey An der kleinen Treppe unten war der War der Smoke War keiner? Check mit meiner Drohne Achso Ja Der ist wieder drin Naja Ich nicht mal ein Wo denn? Beim Computer links von der großen Tür Block links Jäger rechts Oh Mann Warte Marvin Warte Marvin Marvin ist nur da aus wo du jetzt schaust Rechte Seite Mitte der Mitte Lucky Doktor tot Recht Marvin nicht dahint Weiter links Marvin links Nicht hinter dir Da am Flug genau links Da ist er Da 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 Aufwand Loll Zu spät gesehen Dass ich gerade die Granate gehabt hatte Rechts Und da kommt er Nice Schönes Ding Ja Sehr nice Oh yeah Schön gespielt Konstant Läuft Wieder MVP Meine Güte Bolleck macht das hier und carried uns Carried hard Einer muss ja Aber Johnny Ich bin erstaunt Konstant Wie in der letzten Folge Haha Johnny ist richtig konstant Das stimmt Da werde ich nächste Runde auftauen Wie ein Neandertaler Muchachos was euch gefallen hat Geht einen Daumen nach oben Nächste Runde sehen wir uns wieder Wieder mit der Kompletten roden Kobold Bundle Guckt in die Beschreibung mit links Zu den News Channel Und dann sehen wir uns nächste Mal wieder Bye bye Ciao Ciao Outro 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 Outro